Ah, ist das klasse da. Grüß euch da vorne. Wir sind da. Jetzt lass doch einmal die Leute in Ruhe. Wieso? Die müssen doch merken, was wir für tolle Kerl sind. Hallo. Wir sind die Schnäppler. Oh, warte. Schau freundlich. Du musst doch freundlich schauen. Was machst du denn für ein Gesicht? Ich schau so, wie ich will. Aber dann nimmt es doch keiner. Wieso nicht? Muss ja jeder so ein grinsender Labersack sein, wie du. Waaat? Mein Gott, jetzt reiß ich mal zusammen. Ich hab's jetzt so gemeint. Hallo. Ich nehme es zu ruhig. Mein Gott, was soll er dir ein sagen? Du bist natürlich kein Labersack. Ehrlich? Natürlich nicht. Na, natürlich nicht. Weißt du nur, weil ich mich so gefreut, ist mir ja noch lange kein Labersack, oder? Ich meine, was gibt es denn da auch für fantastische Sachen? Mebel, Hausrat, Geschirr, Elektro-Kleugeräte, Bücher, Spielzeug, Sportartikel, Werkzeug, unglaubliche Sachen. Und schöner wie das andere. Und so günstig. Und so viel. Eine Auswahl wie in einem Kaufhaus. Ich meine, es ist ja auch ein Kaufhaus. Ein Gebrauchtwaren-Kaufhaus. Das ist wirklich sowas ungut da. Neu denken. Gebraucht kaufen. Gebrauchtwaren mit Lifestyle. Einzigartig. Nachhaltig. Überraschend anders. Ich wünsch mir für einen Käufer, der all das mag, was ich auch mag. Einzigartige Stücke mit dem besonderen Flair gibt's in allen Gebrauchtwaren-Kaufhäusern im ZAK-Gebiet. Vorbeischauen lohnt sich.